Da kann ich wenigstens nicht mehr arbeiten. Oh, ist das laut! Hallo? Boah. Das nennt sich Musik, Digga? Alter, um Gottes Willen. So, Master Sound hier. Musik. So, bitte. Oh. Appli. So, Language. English. Aber hier werde ich nicht laufen, weil dafür bin ich noch nicht gut genug. German. Subtitels, meinetwegen. Was spielt ihr jetzt? Remorted. Remorted. Es gibt Steuerung Video. Dass die immer nicht immer die Qualität von vornherein immer vernünftig einschalten, ne? Broken Porzellan. Genau. Gebrochene Menschen. Episch. Ne, Standard, Standard. Aktiviert. Oh, Feuerwehrfenster. Episch. Gut, okay. Anwenden. Okay, dann zurück. Dann lass uns loslegen. Neues Spiel, neues Glück. Der Ton ist voll laut. Hab mich voll erschrocken. Ja. Schlott 1. Voll die süßen Sommersprossen, ne? Mhm. Okay, los geht's. Ich musste kurz überspringen. Es war unerträglich laut. Das war dann doch diese Dings-Einstellung. Ja, die Master-Einstellung, ne? Verdammt. Du musst auch weise lachen. Oh Gott. Alter. Hier ist Effix lautstelle Stimmen. Kann gerne lauter. Aber nicht Effix. Das fände ich gar nicht mal so schlecht. Boah. Kelp hat sich bestimmt schon wieder erschrocken. Der arme Kelpie. Da fallen seine Ohren ab. Mhm. Es ist immer so laut. Voll gestört. Ich geh nochmal drauf. Mach mal alles auf ganz niedrig. Ne, ich will ja ein bisschen tönen, ne? Oder da unten. Was gibt's da noch? Was ist da dieses UL-Lautstärke? Mach das mal ein bisschen niedriger. Ganz unten. Ja. Boah, was übertreiben die denn immer so heftig? Ja, guck, es ist besser. Man stuhl knatscht, aber ist ja heftig. Es ist ein konstant Scherdinger-Krit. Vergiss es immer noch. Es ist endlich möglich. Es ist endlich möglich. Wir sind hier, Noxil. Ah. Das Porzlansbrocken. Okay. Erkunde die Gegend. Warum sind wir hier? Wahrscheinlich hätten wir das irgendwie im Vorspann jetzt... Okay, das Spiel ist immer noch so entsetzlich laut. Warum? Musiklautstärke ist schon fast ganz unter Hauptlautstärke. Stimmen. Ja, das sind die Stimmen. Die müssen also auch... Ich dachte bloß, dass ich die vielleicht... Ne, das ist ja das... damit man sich erschreckt, wie Jamski ist. Okay. Okay, was warst du beim ersten Teil damals dabei? Äh, hallo? Licht aus. Ah, guck mal, wir haben eine Nagelpistole. Ach, guck mal hier, der Spiegel. Das war doch was mit dem fucking Spiegel immer, ne? Mhm. Ich glaube, im Einzimmer ist man dann noch in die andere Gegend und wenn da eigentlich... Ja. Weiß ich irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Kelv? Kelv, wo? Hat er gestreamt? Was? Weißt du gar nicht mehr. Ne, das muss aber auch so. Das könnte sein, dass wir 2020 rumgestreamt... gestreamt. Ist auch nicht schlecht. Gestreamt haben. Wir hatten... Leia Sophia hat nur 2019 gestreamt. Oh Gott! Wer ist er denn? Oh nein! Verschwinde, du hässliche Stück Scheiße! Ich krieg das Kotzen. Uiuiui! Was ist der denn für ein gestörter Vogel? Komm, heite dich jetzt. Heite dich jetzt! Sie heitet sich da jetzt nicht. Oh! Schnell! Was? Warum heitet sich die... Oh Gott! Ah! Warum versteckt sie sich denn da jetzt nicht, die blöde Kuh? Oh, Alter, ist ja schon da dran, ey. Oh, ich häng fest! Nicht verprügeln, bitte. Ich drück doch schon... Jetzt macht er mich kaputt. Ich drück doch schon die linke Maustaste zum mich verheiten. Broken Porzellan. Wahrscheinlich muss die sterben. Ah, ja, wahrscheinlich. Ja. Was für ein gestörter Serienkiller. Guck, ey, das hat mir schon gereicht eigentlich. Ich bin schon raus für heute. Created written by... Konnte ich nicht mehr zu Ende lesen. Okay. Durchsuche alle Zimmer. Du findest rund um das Hotel eine Menge nützlicher zu schnell. Lauf, falls dein Feind schon sehr nah ist. Ist Renn deine beste Ob... Das Spiel speichern. Das Spiel verfügt über... Ach so, okay. Press N key. Aber deine Grafen sind sich treu geblieben, ne? Das war ähm... Das war ähm... Was ist die Schmachtfläche? Ja, ja. Ja, ja. Danke. Ich bedanke mich. Es poppt jetzt ein bisschen. Richard Felton. Oriana Gallo. Professor Wyman. The Ashman Sons. Stefano and Gloria Ashman. They all made a choice. Und so did I. Wenn du so ein Zippel hast... Nee, ja. Jetzt höre ich dich los. Ich höre dich nicht. Hä? Ich hab's auch wieder an das Tag. Aber ein Tag. Das Missing Puzzle-Pieße resurfaced. Ja. Lass uns selber gehen. Ich zappel mich nicht so doof an die Wend. Es ist da und immer hat es. Sonst ist es ein Song. Ein Lullaby. Oder ein bestimmtes Item. Aber für mich. Das Missing Puzzle-Pieße war eine spezielle Person. Ein Lullaby. Just like me. War das das? Doch, das war das, ne? Wo du doch auch bei ihm, bei seiner verstorbenen Frau oben im Zimmer geguckt hast. Die vergammelte Leiche da oben lag und alles, ne? Ja. Ja, voll gestört ist das Spiel, Alter. Ich muss da oben was erzählen. Ich werde es nicht vergessen. Ja, was vergisst du bis dahin? Ja, wir haben ja wieder... 1973! 73! Alles so synchronisiert für Tini, Tini, Timi wollte ich gerade sagen. Für Tini. Tini Tina vor allem so gut. Tini Tina. Ja, hallo, wer ist da? Hallo? Wer ist das? Boah, es hörte sich voll authentisch an. Die sieht aus wie eine... Puppe. Wie eine Puppe. Ja, bitte alles erklären und beschreiben. Podcast. Na komm, setz dich. Junge Dame, du weißt, warum du hier bist, nicht wahr? Hm, ich weiß nicht. Aber jetzt kann ich mich da frei bewegen. Ich dachte, ich kann nicht machen, ich weiß, wenn er jetzt was... Guck, hätte ich das ja machen können. Ich habe einen broken arm, habe ich. Aber ich war das Mädchen, was vor dem Kerl abgestochen worden ist. Das ist broken porzellan. Ich bin... Die hat keinen broken porzellan, die hat broken arm, hat sie. Das reimt sich voll. Broken porzellan und broken arm, okay. Ja, dass du diese Gehirn fützt, die ich meinte, weißt du. Hallo. Oh, du bist ja nicht gekuschelt. Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist hier. Ich traue dir nicht. Okay, kann ich mich hier hinsetzen, auf diesen wunderschönen Stuhl? Darf ich bitte auch einen Kaffee trinken? Ich bin bereit, das Geld und die Zigaretten zu ignorieren, aber glaube nicht, dass ich nicht davon wüsste. Alles andere, allerdings nehme ich nicht hin, dass hier weder ein Urlaubsort noch ein Spielplatz... Achso. Einbruch, Diebstahl, um Himmels Willen. Jennifer, was hattest du mit der Waffe vor? Sag's mir! Was? Oh, ich weiß es nicht mehr. Du scheinst Schwierigkeiten gerade zu sein. Wenn ich das hier so lese, hast du besonders im Flemington-Mädchen-Pensionat eine Menge Ärger gemacht. Andere Mädchen deiner Art sind geradewegs im Jungenknast gelandet. Wusstest du das? Ich kann mich nur entschuldigen, ich versichere Ihnen, ich hatte niemals vor. Junge Dame, wovor läufst du davon? Du bist hier sicher. Du kannst mit mir darüber reden. Ich meine es ernst. Nun, denn... Wir werden bald noch einmal darüber sprechen müssen. In Anbetracht dessen, was passiert ist, habe ich dafür gesorgt, dass du neue Aufgaben zugewiesen bekommst. Du wärst... Aber Sir! Du wärst dein Bestes geben. Ich habe dir immer mein Bestes gegeben. Das bezweifle ich doch sehr, sobald du volljährig bist. Kannst du tun und lassen, was du willst. Aber bis dahin stehst du unter meiner Obhut und wirst tun, was ich dir sage, verdammt nochmal! Und jetzt fort mit dir. Das hast du ja gut gemacht. Ach übrigens, Lindsay wird kein Problem mehr für dich darstellen. Ich habe mich um sie gekümmert, weißt du. Was meinst du? Sie hat darauf bestanden, dass ich dich woanders hin schicke. Stattdessen habe ich organisiert, dass hier eine andere Einrichtung bestellt wird. Man wird sie nächste Woche abholen. Du kannst gehen. Hier macht das so toll ernst. Du verarschst uns doch gerade. Tom, sie kann das Gute, spielt ja auch immer so ein Handy-Games. Nein, das machst du auch gut. Oh, vergiss nicht, dass Elisa mit dem Mittagessen der Kirche helfen muss. Okay. Ich kann dir in Einsatz verpassen. Diesmal ist es wirklich übertrieben. Pass auf, dass ihr beide nicht drauf geht. Äh. Nach dem Tod seiner Eltern hat er schon alles selber gemacht. Wie der Mr. Asma? Äh, was ist mit ihm passiert? Der Tod, meine Liebe. Wie bei allen ist passiert, die alt werden. Ich bin mir sicher, die trauer und hat das Ganze... Trauer? Habt ihr wirklich nicht gehört, ob das Kloster ging einfach eines Tages zum Flamme ausdrücken. Das Gebäude hier wurden teilweise beschädigt. Ein Dutzend Nungen sind bei dem Feuer ums Leben gekommen, darunter auch Mrs. Aschmann, Schwester Gloria. Das ist erschreckend. Die hatten sich mit irgendeiner Krankheit angesteckt und waren praktisch blind geworden. Sie waren verrückt geworden. Und dieser Dr. Wayman, Hilfe half ihnen ganz nicht, ganz sicher nicht hoch. Rammesmädchen, sie war dort von ihren eigenen Eltern eingesperrt worden. Warum? Muss ich hier jetzt hinterher gehen? Ich weiß es nicht. Ich komme mir da nicht hinterher, weil sie sperrt mich hier in der Reputation ein. Fürs warum haben wir noch keine Antwort bekommen? Nee, dafür ist warum haben wir keine Antwort bekommen. Achso, weil ich hier nicht richtig hinterher gegangen bin. Wahrscheinlich. Ah, guck mal hier, lass mal ein paar Kerzen mit einsammeln. Oh, ist das schön, ne? Ich hatte gerade eine richtig böse Vorstellung. Nein, das behalte mal für dich. Wir sind hier schon in gruseliger Atmosphäre genug. Ich habe meine Füße jetzt an dieses wunderschöne Kissen gesteckt hier, ne? Weiß es, wer da drin in einer riesigen Winkelspinne wohnt? Dein Gehirn ist in der Winkelspinne, Alter. Oh. Mark! Krähe! Oh. Hi, Jen. Oh, Andrea. Hi, Jen. Oh, Andrea. Ich fange mit Zimmer 213 an. Ach, eigentlich hört man die ja reden, ne? Achso. Ja, aber das, die reden ja nicht deutsch. Und deswegen lese ich das ja für Teenie-Winnie vor. Das ist nett von mir, oder? Spricht leiser wegen dir, werden hier noch alle rausgeworfen. Wie es scheint, hat er Mrs. Ashman die schlechte Angewohnheit, seine kleine Schwester unsittlich zu berühren. Oh, Gott. Das hatten die Eltern natürlich nicht gefallen, also haben sie ihn in einen Verwandten nach Norden gesteckt und seine Schwester Gloria ins Kloster. Ich an deren Stelle hätte das Gegenteil getan. Für ihn galt das Arad schon an, was, ein paar Monate. Okay. Was? Sie hingegen nun, das ist eine völlig andere Geschichte, es war an Mammis und Daddies Liebling gewesen. Ja. Das ist sehr lieb von dir. Ist wie ein Hörbuch. Nur, dass diese englische Sattelgisten... Aber ich glaube, die kann das gut, ne? Ja. So, ach guck mal, jetzt können wir uns frei bewegen hier richtig. Hol das Beste aus Gegenständen heraus. Du kannst Gegenstände kombinieren, um leistungsfähige Wertzüge zu erschaffen. Öffne das Inventar mit dir und wähle Fertigen. Okay. Geht nicht. Lass uns schließen. Aha. Ach, das war das Tutorialbuch. Okay, das Tutorialbuch. Starker Wind bläst. Abgeschlossen. Das ist hier unser Zimmer, wo wir drin vergammeln sollen, oder? Wir können das bestimmt speichern, oder was? Fernsehen gucken können wir. Oh, das Programm ist aber schlecht. Am Fernseher, Alter, was ist da denn? Oh, was ist hier? Eine Kiste. Oh, ich kann nicht glauben, dass ich noch immer diesen verlausten Koffer mit mir herumschleppe. Die ist seit meiner Zeit, ähm... Du hast deinen Einsatz total verpasst. Fernseher, die Fernseher. Was soll ich denn noch von dir halten? Seit der Flöte. What? Was bist du? Seit der Flöte hat sie den Treffer. Du hast ne Flöte? Du mir? Ein Flöten? Oh, nicht jetzt egal, bitte auf. Ein Mottenschlüssel. Okay. Klamottenschlüssel? Ein Motten-Schlüssel. Hier kann ich nicht raus. Lass mich raus, lass mich raus. Ah, nee, hier kann ich auch noch nicht. Was kann ich denn mit einem Mottenschlüssel bitte machen? Eine Mottentür öffnen. Oder einfach hier das... Sie mir die Videosequenz angucken, indem wir ins Bett gehen. Ich hab eine wunderschöne Brosche an. Und dann tue du es auch mal Sproschen im Gesicht. Oh, der Spiegel. Was ist das für Blasen, die da in der Luft fliegen? Die sind unter Wasser? Staub. Achso. Das sind doch dicke Staubkörner. Hallo, stell mal so ein Ding. Atmest du ein, Alter. Oh, das ist der Spiegel. Ach, nicht der schon wieder. Oh Gott. Gott, der sieht aber auch total scheiße aus. Oh, verfluch doch mal hin. Du hast mir einen Schreck eingejagt. Hey, tut mir leid. Hahaha. Schau mal, was von Anklopfen gehört. Nö, das ist ja was von vorgestern. Alles okay, Miss Ashman? Also, das muss ich glaube ich nicht mehr. Natürlich, fantastisch. War noch nie besser. Jetzt ist alles super. Er ist wütend geworden, oder? Warum interessiert es, Lynn? Sag's mir. Ich, ich hab doch nur gefragt. Was gefragt? Das geht dich gar nichts an. Was redest du denn da? Du kannst doch nicht ewig auf mich hüten sein. Ich versuche es, aber mein Arm erinnert mich immer wieder an die Sache. Ich wollte doch nicht. Es war ein Unfall. Hast du eine Ahnung, wie schuldig ich mich deswegen fühle? Oh, ich, achso. Jen, bitte. Mir geht's so mies. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Die guckt aber stimmig. Ich weiß längst alles. Ashman hat mir alles erzählt. Was redest du denn da? Du hast ihm vorgeschlagen, mich zu verlegen. Hast du das gewollt? Hm. Du bist manchmal wirklich eine dumme Kuh. Eine dumme Kuh. Die sich hat anschmieren lassen. Aber nein, zu guter Letzt hast du eine Rücksäge gemacht. Ich wollte nicht in Schwierigkeiten geraten. Ich wollte nicht in Schwierigkeiten geraten, richtig? Du glaubst, wir wären damit durchgekommen, ja? Verschwinde, Lynn. Lass mich vor Ruhe. Nein, du lässt mich jetzt ausreden. Verstehst du endlich mal? Verschwinde. Jen, bitte. Öffne die verfluchte Tür. Fick dich, Lynn. Fick dich. Nein, du warst einfach lokal. Du bist nicht in Schwierigkeiten, aber da habe ich mich wohl falsch gelegen. Geh weg. Verschwinde, bitte. Ich bedanke dich. Ich glaube, sie sind traurig. Ich glaube auch. Mädchensstreit. Ladies, beruhigt euch. Hoch, was zum Teufel geht hier vor sich. Ich muss den Text Schlenker übernehmen. Musik. Sollte man jemals einen Podcast machen, wäre das ziemlich witzig, glaube ich. Ja, aber die Dusche verstecken. Ey, du hast mich abgespritzt. Oh, was ist das? Warum kann ich mich in der Dusche verstecken? Warum? Weil da eigentlich jetzt dieses Monster kommen. Ach, um Gottes Willen, jetzt hör mal auf. Hör mal auf, die blöde Co. Kommt kein Monster, es gibt kein Monster. Sag das nicht. Oh, hier, guck mal, ich kann eine Dose mitnehmen und in den Spiegel gucken. Oh, oh mein Gott, Jen, du hast... Du siehst... ...verlassen. ...furchtbar aus. Ich muss dir etwas sagen. Wir kürzen die Gedanke von den anderen Essen. Oh, oh, da kommt jemand. Sag ich doch, das ist so ein komisches Ziel. Okay, ich gehe jetzt in der Dusche. Darum schlafe ich in der Dusche, weil die Dusche mir gefällt. Nee, wie war das noch gleich? Ach, guck mal, Leute, guck mir der Fernseher. Ja, ja, die guck mir der Fernseher. Das sieht nicht so viel. Ja, was soll ich denn jetzt machen, Digga? Go, tell and... Die Tür geht nicht auf. Und doch jetzt. Oh, Lind? Lind ist eine Schokolade, nicht... Ich glaube, sie ist es gefressen worden. Aber wie ist Len hier reingekommen? Oh, das ist gut. Ich weiß. Der Spiegel ist auch weg hier. Nee, da. Oh Gott. Schublade auf. Schublade zu. Geht. Oh, was zu lesen. Hotel Eschmann. Ehemals Russo Gallo. Die große Neueröffnung. 13. April 1943. Genießen Sie einen romantischen und aufregenden Urlaub am Fuße des Ätna. Wo sich atemberaubere Aussichten mit ihren Klimaklebern... Belebenden Klima verbinden. Egal, spuck dir fast alles aus. Ich muss mich kurz konzentrieren. Und ein zauberhaftes Bilderrahmen für unsere rustikale Hotelbilden. Gönnen Sie sich eine Fülle von lokal hergestellten biologischen Produkten. Oh. Klimakleber. Ja, man lebt mit der Welt. Was hat das zu bedeuten, wenn das ein Scherz ist? Gefällt es mir nicht. Mein Gott, ich konnte gar nicht... Verschwinde. What? Okay, wir können raus. Wir können endlich hier verschwinden. Okay, hier hat jemand sonst gesagt, wir sollen uns verschwinden. Wir gehen davon aus, es war Lynn. Lynn ist eigentlich gut zu uns. Oh. Äh. Ja. Oh Gott, es befindet mich schon wieder die ganze Verstecke, Alter. Ja, dieser Typ mit der Sichtelverfolgen ist mal wieder. Weißt du, wir haben einen ersten Teil der Oper, Alter. Der war gruselig. Der war gruselig. Alter, schon, weil es ein gruseliger Opa war. Warte, Zimmer hat 213. Dieser hat gesagt, sie würde darum niemand verstehen, warum das zugeschlossen ist. Okay, ich kann es nicht so schnell lesen. Ich kann es noch nicht so gut wie Tom G. Ich muss nämlich auch. Deswegen verlese ich mich ja ab und an mal so. Dann lese ich immer Klimakleber. Was? Verschlossen? Die Tür war doch bisher noch nie verschlossen. Oh. Oh, da kommt, da kommt, da kommt. Und die Elsa hier. Jetzt, mein Kind ist hier verschlossen. Ich bin so müde. Erkunde. Fitten die Lobby. Folge Andrea. Das ist so gruselig. Dieses, äh, weißt du, auch im ersten Teil schon unter den Teppich, wo ich gerade sage. Unter den Couch und so. Ja, 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 ja. Das war richtig heftig, Alter. Du hast ihn gehört. Dann dachte ich, fuck, und sind wir runtergelaufen. Dann denkst du, bist ihn losgeworden. Dann kommt auf einmal die Elsa noch da an, Alter. Mit den Motten und so'n Scheiß. Ah, oh ja. Teenie Tina, kennst du den Teenie Tina? Entschuldigung. Teenie Tina, wenn überhaupt, ja. Mann, Entschuldigung. Ich liebe Borderlands. Das ist so ein bisschen... Zeit fürs Essen. Teenie Winnie. Kennst du das Spiel? Wer ist das für das Spiel? Wer ist das für das Spiel? Mit wem hast du gesprochen? Ähm, Teenie Winnie ist ein Schisser, was, glaube ich, Grußenspiel anbelangt, glaube ich. So war das doch. Guck mal, dir... Was? Ich finde... Ich verstehe es nicht. Im Hotel sind keine Gäste, wer könnte da etwas zuerst bestellt haben? Nee, kenn ich nicht. Horrorgames spiel ich nicht selber. Ey. Achso. Oh. Ich auch nicht. Ich spiel's niemals allein. Ja, 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 ja. Oh, was haben wir hier drinne? Essen. Naja. Was'n Teufel ist das denn? Oh, das war eine Krähe. Oh, da war eine Krähe. Wusstest du, dass wir die niemals Way-Man genannt haben? Andrea, du bist mir weh. Es ist ein Teil von uns allen. Und wir werden alle ein Teil von derselben Sache. Gott, die gruselig. Oh Gott, die rett uns in der... Andrea, lass mich in Ruhe. Warum ist die so? Ja, weil die behindert ist. Ich just want to get away from this place! Oh Gott. Hau einfach ab von mir. Ja, nee, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, da. Versteck dich! Gott, ist das gruselig, Alter. Ich kack mich ein. Es käft noch da. Alter, wie die Bäckers bei Resident Evil, Alter. Die Bäcker ist allein schon... Die heißen Bakers. Das ist im Bäcker. Die Boris Bäckers. Okay. Hast du schon die Hosen gekackt, Kelp? Kann man eigentlich gut sehen auf Twitch? Nein, ich werde da lang. Ja, wir müssen ja längst. Warte mal. Die Tür aufgeschlossen, glaube ich. Ich mach mal ganz kurz die Helligkeit ein bisschen höher schalten. Sonst hat Kelp nämlich auch gleich ein Black Screen. Ah, guck mal. Viel angegeben auch vor uns, wa? Warte, der Kettensiegel? Bist du doof? Oh, ich krieg grad nen Herzrasen, Alter. Soll ich dir so Schmerzen in der Brust. Oh, die ist hinter uns. Oh. Oh, nee, da geh ich nicht rein, Inka. Das mach ich nicht. Nein, das mach ich nicht. Ich schwör euch, Leute, ich werd so sterben, wenn wir Ordnungs spielen. Der muss hier vor einen Scheletten, einen Schelettenstuhl bauen. Oh. Schleichen, achte darauf, dass man dich nicht hört. Auch wenn sie etwas anderes ansehen, können ich Verfolger bemerken, wenn sie Geräusche selbst machen. Ducken sie sich und gehen langsam, sicherzustellen, dass das alles gehört. Und manchmal werden sie in Formel und Linderwinks. Nimm dich vor allem acht, was dich höre. Ja, geh ins Bett, du störst grad die gruselige Atmosphäre, Digga. Na? Nimm dich vor allem acht, ich will, was dich hören und der Feind dich locken kann. Okay, total ist das. Warte mal so. Andrea, was im Gottesnamen ist, geht los. Das ist alles so. Wie kann ich denn schleichen? Ich wurde hier aufgehört, ich muss sich schlagen. Nein! Lass das sein. Ja, ich, äh, tschüss. Oh Gott. Ich hab abgesperrt. Oh, okay, hier geht's durch. Ich, ich, ich weiß nicht, ich schwitze. Ich hab Angst. Oh, rein hier. Kann das nicht. Ich auch nicht, ich muss pinkeln. Ich auch. Pinks fest. Oh, egal, die kommt doch. Oh, ich muss pinkeln, ich kann grad nicht. Das ist, das bist doch nicht so klein. Wir können mal, morgen mal gucken, dass wir jetzt vielleicht mal die, die Regale folieren. Und die jetzt vielleicht schon mal abtransportiert, fertig machen. Ja. Ja, wir müssen morgen erst mal das andere fertig machen. Ja, wir müssen nochmal aufpassen. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, raus. Wie können wir denn sneaken? Oh, die Stimme. Einstellung. Steuerung. Schwierigkeitsgrad normal. Ja, das ist klar. Entdeckung gehen. C. Gehirn? Gehirn? Warte, durch Ablenkungs-Gegenstände scrollen. Das war knapp. Das war knapp. Bei denen darf man gar nichts sagen. Bei wem? Ach so, bei den Stream-Eli. Ach ja. Ja, ich mache es noch. Tini-Vini, du setzt mich komplett in den drauf, ne? Ich hänge deinen Maunen dran, Tini. Wollen wir mal, mach mal Tab. Also, Safe. Ach so, ja genau, so sneaky. Gut, alles klar. Was ist Tab? Gehirn? Ach, das ist nur hier, remember, sammelbares Zieles-Tutorial. Okay. Ja, stehst du denn auch jetzt wieder auf, du Elsa, oder was? Okay. Ah, die hat hier, ducken macht sie mit diesem scheiß STG, das mag ich nicht. Ich bin immer, naja gut, muss ich mich vielleicht damit auseinandersetzen. Vielleicht kann man mit Shift schnell laufen? Ja, kann man, okay, scheiß Dreck. Okay, da könnten wir runtergehen. Aber wir gehen durch die Tür, wo die Elsa gerade herkamen. Ja, das fiel unser Motz auch mal auf. Flasche. Ob wir mal zumachen sollen, sonst weißt du auch, dass wir hier sind, ne? Das muss ich mich daran erinnern. Was? Ich muss mich daran erinnern. Wer musst du uns nennen? Ich muss... Ja, ja. Ja, unwichtig ist gerade. Also, guck mal hier, der... Ein wunderschöner Raum des Todes! Speichert. Ganz toll. Ich glaube, es hat Nina gar nicht gefallen, dass Emma an den Typen aufgelegt hat gerade. Oh, ich will nur kurz für ihr. Ja, alles Gute, Neveni. Sorry für den Motz, habe ich gar keine Zeit. Ist eh schon stressig. Nein, nein, das war... War so ein Gehirn-Furz. Komm, erst mal... Schichtarbeit, Haushalt streamen, real life. Ja, dann hat man meistens noch eine Beziehung oder sowas, alles. Die nimmt ja auch noch zu viel Zeit oder sollte viel Zeit auch in Anspruch nehmen. Weil ich glaube, real life ist eben halt wirklich viel wichtiger als dieses scheiß Internet. Ja, das gibt bei mir sowieso auch... Missing. Science September 1920, Gender Female, okay, lost. Das ist echt so ein bisschen, die ja auf die Milchpackungen geschrieben haben, ne? Ja, ist ja in Amerika so. Sollten die vielleicht bei uns auch mal machen. Bloß bei uns werden die Milchpackungen dann alle voll. Dann steht ja nicht mehr Hansano drauf, dann wird da... Police Report oder so ein Scheiß draufstehen. Das sieht aus, als hätte jemand voll alle gegengewichst, ne? Wenn die schon alle sauber machen, hätten die mal sauber machen können. Zwischendurch ist es bei mir auch relativ wenig, ne? Also Tom, die kann auch immer mal zwischendurch... Aber auch nur, wenn ich krankgeschrieben bin. Wenn ich nicht krankgeschrieben bin, ist es bei uns total selten. Dann ist es ganz selten, genau. Und werden dann meistens zusammen. Und jetzt... Kann ich euch schon jetzt schon garantieren, wenn wir umgezogen sind, dann werdet ihr von mir relativ wenig sehen. Bis ich so weit eingerichtet bin, dass ich zufrieden bin. Weil das... Da bin ich auch nicht... Da lasst du meine Sachen auch nicht nachstehen. Ich werde dir nicht krank, ich bin besessen. Es ist in der Luft. Im Essen. Sie vergiften mich. Andrea Massino. Also so mit... Also ich habe Kartons ausgetrocknet, meine Küche muss drehend wieder stehen und sowas. Das sind halt Sachen, die kommen dann erst mal... Oh, hab ich mich gerade angepisst, Alter. Jetzt kommt der Typ bestimmt. Oh, dear. Was hat sich passiert? Step, 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 step. Geh! Oh, mein Gott! Es ist Andrea! F***, F***! Was ist mit dir mit dir passiert, Andrea? Ich muss die anderen warnen. Es wäre besser, wenn ich ihm nur gesagt hätte, ich arbeite nicht mit Crybabies. Ich arbeite nicht mit Crybabies. Ja, so geht es mir immer, wenn ich arbeiten muss. Und damit mache ich nicht meine Fahrgäste, sondern eher die Kollegen. Boah! Die Waschmaschine würde ich mal sagen, ist top in Schuss, ne? Alto Verwalto, Alter. Okay, wir sind von da gekommen. Ich wollte mal gucken können. Der Alter, rennt immer rum. Verdammte Scheiße! Oh, ich bin am Schwitzen. Ich habe Angst. Ich kann da nicht raus, der rennt da immer noch irgendwo rum. Vor der Tür. Versuch mal, die Waschmaschine auszuschalten. Da kommst du bestimmt rein. Da kommst du bestimmt... Da kann ich mich verpissen, heimlich, ne? Ja. Ja, stell weg! Die muss erst mal diesen Situation machen, dass sie... Die Waschmaschine jetzt mal ausmachen... Alter, bitte, mach doch mal was, Mädchen. Ja, super. Zeig uns ruhig alles, was du willst. Oh, ja. Du schließt alles ab. Hör auf, damit, blöde Co. Oh, bitte, lieber Gott, 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 bitte, lieber Gott. Was hat sie eigentlich in der Hand, oder was ist das für ein Ding? Die weiß mit Sicherheit, dass wir hier drin sind, ey. Aber die hatten ja auch im ersten Teil immer schon Paddel gekriegt, die Leute, ne? Sobald es nachts wurde, haben die... Schließt wieder auf, ich denke mal, das muss ich wahrscheinlich erledigen, ne? Ne, die war ich gerade... Ich muss das noch so ausprobieren. Okay. Okay, ich glaube, wir können wieder raus. Ich weiß noch, im ersten Teil, wo die mit den Scheiß-Packen... Pömpster durch die Gegend gelaufen ist, ey, durch die knatternden Dielen, ey. Ja, müssen wir auch mal wieder machen, aber das machen wir für YouTube, Alter. Ja, für YouTube. Und das ist für mich das Geilste, Geilste. Würde ich mir tatsächlich nochmal neu kaufen für den PC, damit ich da den Remake nochmal kriege. Den Remastered auch für den ersten Teil, damit wir es Death Story nochmal spielen. Ja. Ja, für mich eigentlich einer meiner Lieblingsspiele. Also Life is Strange, ich muss sagen, ich bin ja auch... Ich habe viele, viele Spiele, die ich gerne spiele, aber Life is Strange und Last of Us sind extrem geile Spiele. Die stehen bei mir ganz, ganz weit oben. Die würde ich immer wieder spielen. Ah, die droppt immer wieder was. Ich glaube, wir müssen uns mal gleich was zusammen mixen. Oder vielleicht können wir das jetzt mal schnell machen. Wie mache ich das? Okay. Ich bin auf ein Messer, glaube ich. Nee, das macht immer erstellen, okay. Okay. Okay, ich habe mir jetzt irgendwas Cooles erstellt. Gehen wir auf Gegenstände um? Wie gehe ich auf Gegenstände? Achso. Wie kann ich das denn ausrüsten? Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Steuerung. Mottenkraft. Spezielle Aktion, eh. Okay, alles klar. Damit mache ich das nicht mehr. Muss ich gar nicht aus... Ablenkungsgericht, Left-Maus-Button. Alles klar. Wie war? Ich kann die Mottenkraft nicht nutzen. Oh, guck mal hier. Bieröffner. Alles klar, es gibt extra Bier. Brieföffner. Was? Ein Brieföffner war das. Habe ich Bieröffner gesagt? Ich meins auch so. Okay, wir müssen da unten die Treppen runter, ne? Ja. Oh, die kommt. Das waren meine Steps. Oh, Gott. Fast nicht lauter unten. Du musst den Strom anmachen, dann kommt die runter. Dann muss ich da drin verstecken. Naja, ich habe bloß keine Sicherung wahrscheinlich, ne? Oder was ist ein Rätsel, damit ich die Dinge richtig verkabel? Nee, ey, was brauchen wir noch? Stell dich mal hin, Digga. Ne, ich dachte, vielleicht kann ich mal ein Ding da oben rumdrehen. Also irgendwas kostet da noch, hast du schon recht. Du brauchst noch eine Sicherung oder irgendwas wahrscheinlich. Wo ich die wohl finde, oder? Schraubendreher. Oder damit vielleicht? Nein. Ich kann auch nichts ausrüsten, ne? Oh, jetzt. Ne, habe ich was gedroppt? Ich dropp die ganze Zeit irgendwas. Mit L1, da droppt sie ja alles. Hä? Check das Spiel nicht, warte mal. Rufen Q, Kamera wechseln V, Entdeckung GnC, Gehirn. Shift, Rennen, genau. Ablenkungsgegenstatt zielen. Interaktion beenden, right mouse. Durch Ablenkung scrollen. Interagieren, left mouse button, Ablenkungsgegenstatt benutzen. Left mouse button. Hä, habe ich jetzt was in der Hand? Ich habe was gedroppt, ne? Was baue ich jetzt da? Hä? Oh Gott, bist du behindert? Da zieht dir einfach das Spielrohr auf. Da zieht dir einfach das Spielrohr auf. Ah, lektlas! kommt wieder okay ich glaube dass wir mal kommt sie wieder mal kommt sie nicht was kann ich mit spiegel machen normalerweise war spiegel speichern ja alles klar Monja oh ja ja oh Oh, warum hört jetzt auf? Nee, da die Motten sind über sie drüber. Oh, hier die Flinte. Abgeschlossen. Brauchen wir eine Sicherung irgendwo, ne? Die droppt immer alles, ey. Dann sind wir wahrscheinlich zu voll. Das ist unser Zimmer? Ja, das ist unser Zimmer, ne? Wir brauchen unbedingt eine Sicherung hier irgendwie. So unten für den Kletter, da? Ja, ja. Leute, nein! Nein! Nimm die Pfote da weg! Ich mach mal den Spiegelschrank auf. Hast du gleich mal einen Drink für mich, Inko? Ja. Alter, du hast mich voll angespritzt. Meinst du nicht, dass ich mich dabei erschrecke oder so? Hallo Lieschen, mein Engelchen! Hallo, hallo, hallo! Hallo Lieschen! Na? Na? Hab jetzt Handy nochmal neu gestartet. Geht immer noch nicht. Ey, das ist aber merkwürdig. Ein Drinky? Ja, tatsächlich. Also ich hatte Geburtstag gehabt Lieschen, deswegen darf ich. Oh, ich hab... Ne, das darf ich nicht erzählen, ne? Euch geht das nicht. Was denn? Naja, wir haben Peter und Silvie getrunken, äh, getrunken, das ist auch nicht schlecht. Ja. Wir haben Peter und Silvie getroffen am Donnerstag bei... Wir waren ja, ähm... Im Schlenzburg. Genau, dann hatte ich der Peter gesehen. Und, äh, an Tom ist ja erstmal gleich dabei gelaufen. Dankeschön, mein Engel. Das sagst du jetzt essen? Ja, das posaun ich ja nicht rum, aber Lieschen ist eben halt, ähm, ja... Die Ex-Freunde von Tom ist versenkt. Warte mal, dass man das Ding ist jetzt so. Ex-Familie, ne? Das ist eben... Also... Alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Dankeschön, liebe Tini. Und dann haben wir den Peter getroffen, Lieschen, und... Wir haben uns ein bisschen geschlackt, und dann meinte er halt nur, ja... Kann man ja nichts ändern, ist ja halt so, wie es ist. Aber dass er dieses Jahr ins Herz geschlossen hat, das eigentlich gedauert, dass du... Ja. Er ist darüber traurig, dass ihr euch getrennt habt. Für Frieda, alter Frieda ist auch riesig geworden. Okay, wie viel fett... Ach, guck mal, hier ist noch ein Sneaky-Loch hier. Guck mal. Oh Gott, hier hat aufgehört! Bist du behindert? Hör auf damit! Was gab's denn zu feiern? Äh, was es zu feiern gab? Wieso zu feiern? Also du, ähm... Lieschen, ich hab gerade erzählt gehabt, dass Peter das bedauert hatte, dass es dich... Ähm... Dass ihr euch getrennt habt. Dass er dich ganz schön mochte und so und alles. Und er das eben halt ja nun eben halt keinen Einfluss drauf hatte. Er hat gesagt, dass er dich ganz schön ins Herz geschlossen hat. Er hat es eben halt auf seine Peter-Art und Weise gezeigt. Ähm... Tini, das ist... Ja, Lieschen, wie gesagt, die war mit meinen Cousin zusammen. Und das ist ein unglaublich lieber Mensch, die Lieschen, die wir auch sehr, sehr gerne mögen. Die haben wirklich Zufall getroffen bei, äh, in Flensburg, beim Baumarkt. Weil Inka und ich ja nach neuen Sachen geguckt hatten, wegen unser Haus. Ja, wir waren da wegen dem Haus. Und Peter und Silke waren dabei, glaube ich, gerade auf die da aufpassen, weil, äh, keiner grad... Guck mal hier, vielleicht hier. ...arbeitend ist. Hallo, Lieschen. Und Tini, Tini ist die ganz liebe, ähm, Streamerin. Oh, scheiße. Warte mal, Polizei anrufen. Wir nehmen die Zimmer Nummer 2, 1, 1. Zwei... Ach so, zufällig getroffen. Ich dachte, es gab eine Family... Nein, nein, nein. Mir gefällt Nummer 2, 13. Okay, Wählscheibe, Alter. Ich meine, ich bin im Alter mit Wählscheibe. Aber liebenswert, Tini, Vini. Wir müssen sie ablenken, Inka. Ich will mal an ihre Schreibmaschine oder Nähmaschine ran. Vielleicht gibt's da eine Sicherung zu machen. Ich werde da eine Falle aufbauen. Hä, hast du diese... Kannst du diese... Hä? Tini, ist da bei dir dieses... Augensymbol, das durchgestrichen ist? Hast du das gemacht oder ist es, weil... Äh, äh, Twitch das sieht, dass du es nicht sehen kannst? Ach, das ist mal so krass, das wäre jetzt erst aufgeholt. Scheißdreck. Ah, hat sie eingestellt, alles klar. Ah, okay. Ist ja cool. Wir müssen irgendwie auch mal ein bisschen mehr einfuchsen noch. Ja, ja. Aber Tini, Vini sagte mal zu mir auch, dass sie auch erstmal üben musste. Mhm. Warte, müssen wir uns neue Gegenstände erstellen? Warte mal. Gegenstände. Fertigen. Erstellen. Wir haben nix, was wir stellen können. Wie geht's dir denn, Lieschen? Ähm. Okay. Ich glaube, ich habe alle meine... Kannst du werfen? Ja, ja, ich weiß. Ich muss das mal so werfen, dass die Alte mich gleich nicht... ...catcht. Nein. Da können wir Catch und Release machen. Nein, da rein. Oh, ist doch spannend! Und dann an ihre Schreibmaschine ran. Aber schnell. Ist die schon an uns vorbeigegangen? Nee. Was soll denn das? Oh, jetzt kommt sie. Oh, Alter, mit ihrer hässigen Schere da, ey. War das so schnell? Das ist richtig. Ach, schnell! Nein. Ja, ich arbeite dran, aber die darf mich doch nicht hören. Mann, warum ist da nix drinne? Schreibmaschine. Irgendwas muss doch sein. Da, da, da. Nein, da ist auch nix. Oh. Jetzt hast du was. Die ist weg. Du hast eben was eingesammelt. Warte, ich muss noch mal kurz hier im Regal gucken. Ja, genau. Lauf! Tom Schiet, lauf! Oh mein Gott, sie hat mich gesehen! Lauf! 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 Lauf, lauf, lauf! Nein! 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 Oh, verpiss dich doch, du hässliche fette Hände! Nein, 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 das willst du nicht! Nein, lass mich in Ruhe, du willst das nicht! Lauf, 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 lauf! Lauf, 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 lauf... Lauf, lauf, lauf! Ich kack mir in die Hose! Uua-aargh! Listen, ich kann mich so über dich bei einem Red Dead hier. Und was ist für ein Spiel? Mit einem Mix aus Red Dead wegen dem Kleidungsstil wahrscheinlich Und dieses andere Abstandsspiel, wo die Leute an den Haken hängen, wird sie mal bestimmt Outlast. Nee, nicht Outlast. Achso, hier Dings, wo man raus muss. Ja, ja, hier, Reisers. Dead by Daylight, genau. Nein, das ist Remorted, Broken Pot, Land. Der zweite Teil aus dieser Serie. Aus dieser Reihe. Das ist auch scheiße, Gussi, ich schwör dir, ich kack mich hier ein. Und Tobi will Outlast mit mir spielen. Ja, ich bin... Oh, die hat wieder angefangen zu arbeiten. Der hat uns schon wieder vergessen. Was kann ich denn mit dem Botten-Schlüssel anstellen, Enka? Schön weiterarbeiten. Ich hab gerade etwas kacka gemacht. Könnt ihr nicht spielen. Ey, echt ernsthaft? Nee, ich eigentlich auch nicht. Das kann ich auch nur spielen, weil Enka da ist. Ich hatte vorgab, das ist eigentlich alleine zu spielen. Aber Enka kennt den ersten Teil ja auch, deswegen... Warum nicht mit ins Boot holen? Wie lang stimmst du eigentlich schon? Was ist das für ein Geräusch? Ja, ja. Nee, das meinen die nicht. Ach, das ist diese komische Tic-Tac-Uhr hier. Boah. Oh, das was? Na, nimm das doch mit. Jetzt macht sie die Schranktür wieder zu. Seit Februar. Oh, da bist du aber gut unterwegs. Meine Güte, ey. Also auf YouTube mussten wir noch einen Motten-Schlüssel... Ähm... Mussten wir seit 2017 streamen oder beziehungsweise Let's Plays machen, damit wir jetzt fast 3000 Abonnenten haben da. Und auf Twitch, ja gut, da hatte ich der ab und an. Aber tatsächlich mache ich das auch wieder regelmäßiger, aber trotz all dem bin ich da nicht so krass wie... Aber wahrscheinlich, weil ihr auch eine geile Party abrockt nachher mit euren ganzen Sounds und so einen ganzen Scheiß, den muss ich mir auch nochmal holen. Aber dann streamst du ja dennoch trotzdem ja bei Dings, bei YouTube, genau. Ja, weil ich halt, ähm, ich bin ein absoluter Fan von Mario und ich werde dann alles mögliche an Mario spielen hochladen. Meine Wingszeile sind die auch schon ein Land und Mario, äh, Mario World 3. Aber toll, ich werde dann ab und zu mal hier... Zelda, Mario Kart. Ja, das können wir dann über Twitch machen, allerdings. Ja. In deinem Account, Mario Kart und so. Hm, freu ich noch nicht, keine Ahnung. Po, keine Ahnung, warum das so abgeht bei mir. Doch, du bist ne coole Socke, glaub ich. Nee, die sind und ne nächste Familienfeier wäre Ben denn, der Omas Geburtstag, aber da haben wir auch noch nichts gehört. Na, ich hab da keine Zeit, ich muss arbeiten. Okay, der Mottenschlüssel, wo brauche ich denn bitte schon den Mottenschlüssel? Ich hab zwei Mottenschlüssel, wahrscheinlich für so ne Schatulle oder so. Und in der Schatulle finde ich wahrscheinlich diese fucking Sicherung. Ich muss die alte nochmal irgendwie ablenken. Oh, guck mal, ne Schatulle. Nein. Was jetzt? Verbessere die Fähigkeiten, Türen blockieren, um Stalker fernzuhalten. Level aufleveln. Huch. Wieso, wie viele Punkte hab ich denn? Ach, das sind die Mottenschlüssel, dafür gibt man die Mottenschlüssel für aus. Ah, okay. Ich verstehe, Schatten. Okay, jetzt hätte ich... Na gut. Nein, wieder mal aus. Das versteckt sich besser. Er muss nicht mehr durchlesen. Er muss nicht mehr durchlesen, was für Eigenschaften das sind. Ja. Komm her! Hallo, wo bin's rum? Hat die Ernsthaft jetzt rumgebrüllt? Ja. Ist nicht mehr ganz dicht. Hier liegen überall die Items rum. Die konnte ich wahrscheinlich gar nicht mitnehmen, weil die... Also wir haben ja gemeinsam bei YouTube angefangen. Und jetzt ist ja so, dass ich, wenn wir zusammen streamen, ich über YouTube streamen und Tomji halt über Twitch. Und wir wollen unseren YouTube-Kanal jetzt demnächst auf meinen Kanal umbauen. Und Tomji wird da weiterhin seine Handy-Games hochladen. Aber ansonsten wird es halt ganz viel mein... Ähm... Ja, mein... Mein... Kanal werden. Weil da mach ich dann solche Sachen wie Mario und Josh's Island und so. Ich bin halt so ein absoluter Freak, was diese Kindheitsdinger angeht. Ja, und der ist sie nachher wieder auf dem PC, wa? Ja, gut. Und wenn wir zusammen streamen, bin ich ja YouTube und zu Twitch. Aber ansonsten, wenn ich alleine streame weiterhin ganz oft auf YouTube. Wieso hattest du Shitstorm auf YouTube? Nee. Shitstorm von Twitch. Sie hat geschrieben, sie ist am überlegen, das auf YouTube zu versuchen. Nach dem ganzen Shitstorm auf Twitch. Aber was denn für ein Shitstorm? Bei YouTube, ganz im Ernst, YouTube ist da die schlechtere Variante. Wir hatten richtig Stress. Auf YouTube hatten wir ja richtig die Streamsniper. Zwei Mal ganz krass. Einmal bei Red Dead und jetzt zum Schluss auch bei, ähm... Daisy. Daisy, es war so heftig krank gewesen schon. Stimmt, Leeson war ja da bei den Streams... Bei Red Dead war... Bei Red Dead war... Nee, aber sie hat das ja gesehen gehabt, die dazugeschaut gehabt, als wir Stream gesnapt worden sind bei... Daisy. Ja, aber bei Red Dead war damals Leeson ganz doll betroffen übrigens. Diesel hat ja mit uns mitgespielt und die war richtig gestalkt worden über Discord nachher und so. Das war schon bekannt. Ja. Ich finde die verkackte... Ah, okay. Ich finde die scheiß Sicherung nicht, ne? Koffer Radio. Koffer Radio. Aber bei... Bei YouTube sind wir tatsächlich halt noch in Anführungsstrichen größer unterwegs. Wobei momentan ja nicht... Momentan stream ich ja nicht mehr. Wirklich was, deshalb ist das ja jetzt einfach alles auf Twitch. Wir haben die Speed oder wir zusammen sind, ist bei Twitch... Die Zeit. Die ganzen Großen hauen ja schon ab von Twitch, weil die Verträge erinnert haben. Aber das betrifft ja nicht dich in erster Linie. Also jetzt gerade. Ich würde gerne das Kofferradium auslegen, weil ich möchte mal ganz kurz... Nein, hat sie nicht. Sag nicht sowas. Ne, mir kleiner Wurm ist das fast egal. Deswegen, YouTube wird nicht besser. Das muss ich dir gleich sagen. Geh weg. Aber testen würde ich es trotzdem mal erklären. Mach das, ich würde es auch testen. Nein, 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 geh doch einfach. Ja, ich arbeite gerade dann, aber irgendwie... Na toll. Gib mal mein Speedpad her, bitte. Oh, passt. Warte mal, warte mal, warte mal, jetzt noch nicht, warte mal bitte. Scheiße, ich dachte... Genau, vor der Versteck. Gutes Versteck, genau. Vor der Schreibmaschine. Oh Gott. Ich wollte hier einfach mal eine fucking Sicherung. Sie hat den Schlüssel. Was macht man denn mit ihr, dass wir an ihre Schlüssel rankommen? Oder ist mal auf YouTube nur Clips rein? Ja, das macht Mango ja auch. Sie hat da zwar die Aufrufe, aber dafür hat sie die Abonnenten eben halt nicht. Sie hat hunderte bis tausende von Aufrufen, aber hat die Abonnenten... Och komm schon, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Was ist denn das Problem hier? Oh Mann... Scheiße, verkehrte Richtung. Warte mal, warum? Hier mal auf die Kiste. Wieso kann ich denn da nicht... Habt ihr keine lustigen Clips? Die lustigen Clips machen wir bei TikTok. Ihr seid gestimmt, hab halt keine Lust. Ach so, keine Lust. Doch, eigentlich bist du doch sehr funny. Aber es geht ja nicht nur darum, wenn du jetzt zum Beispiel einen heftigen geilen Kill hast oder so einen Scheiß, den mach ich bei TikTok ja auch immer. Dafür hab ich TikTok zum Beispiel. Und TikTok haben wir für unseren Hund. Inka, den betreibt Inka den Kanal. Und da haben wir dann, wieviel? Ich glaub 1.300 Abonnenten oder so, ne? Ja, 1.998 oder so. 1.900. Nein, wie heißt das? 1.200. 2.200. 2.98. Ja. Da haben wir doch unser Leben und mehr Kanals. Die hat aber eher so, äh... Wie wir sind. Das ist das... Ja, genau so wie wir leben einfach so, das ist... Len, sag mir, du bist okay. Warte, die Alte, die kommt jetzt wieder her. Was will die hier? Geh weiter. Geh! 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 Wieso bleibt sie denn so stehen? Oh, super. Die sollte nach da links gehen, damit ich mal nach da hin abbauen kann. Und ähm, Tomji hat seinen TikTok-Kanal ja auch als Tomji... Als Tomji Inka. Ne, Tomji Inka, das ist unser Kanal. Ähm, das ist halt eben, da macht Tomji, wie gesagt, die ganzen Spielclips und so. Und da sind echt schon geile Dinge. Ich mein, man ist echt traurig, dass du ein bisschen auseinander gegangen bist. Das ist alles, weil... Wir hatten schon funnige Momente. Mit Sarah, weißt du, mit dem Auto da und so. Ja. Das sind die Momente, die dann auch clippen. Oder die Tomji den clippt und dann hochklickt bei TikTok. Ich brauche ne fucking Sicherung, wo komme ich denn jetzt an die scheiß Sicherung ran? Bestimmt brauche ich irgendwas, damit ich irgendwas brauche, damit ich irgendwas brauche, damit ich irgendwas für brauche. Was ist mit dem Radio denn jetzt gewesen? Ja, das ist ein Ablenkungsmanöver. Aber das ist eine gute Idee, da sagst du was. Warte mal. Wieso geht das jetzt nicht an? Oh. Uiuiuiuiui. Es gibt mir gar nicht mehr, als sie vorbeiläuft. Doch, die kommt ja von da. Ach so. Du kannst es tun, Jen. Du kannst es tun! Neeeeeeeeeeeeeeeeee! Ich finde es auf jeden Fall schön, Teenie, dass du hier bist und uns zuhörst, obwohl du es noch nicht versehen kannst, und auf Arbeit bist. Das muss man erstmal machen. Das sind wir schon wieder im Wäscheraum. Irgendwas hat es für eine Bedeutung, dass wir immer hier landen. Wahrscheinlich soll Inka mal Wäsche waschen, was? Der Leiterraum hat was in Wäsche kommt. Ja, da liegt überall die Gegenstände rum. Die hat sie irgendwie gedroppt, weil wir wahrscheinlich so viel Shit am Start haben. Das ist ja diese Dings da mit Andrea. Ich werde nicht folgt. Ich bin nicht besessen. Es ist in der Luft. Im Essen. Sie vergiften mich. So ein Hilferuf von ihr. Ja, deswegen folgt Inka dir ja auch bei Twitch. Da sagte ich ja schon, wir haben dich gern, also du bist ein geiler... Ein geiler Vogel. Du bist... Ja, ne, ich war grad hier zur Abgäng vom Spiel, weil mich das da grad wie abgefickt hat. Ne, werd nicht. Ich feier das auch total, dass du bayerisch bist, ne? Ich hab vorhin gesagt, der warst doch gar nicht dabei hier, ähm, Uni-Up. Habe ich gesagt, deshalb habe ich gesagt, würde ich dich gern mal sehen wollen bei Uni-Up. Und dann meinte, Tommy, das ist bestimmt witzig, wenn du auf Bayern schon rumfluchst. Ja. Rumpfluchst. Aber wo ich da, wenn wir so richtig platznacken, dann... Ja, hab ich ja schon mal gezeigt im Stream, wo wir platznacken. Wie das anhört. Dann ist da auch nicht viel für Silverstone. Dann ist da nicht viel... Langsam kommt die Müdigkeit durch, ne? Aber ich will für dann doch mal... Müssen wir jetzt die Kacks-Sicherung. Die Sicherung haben. Ach, das ist das Eben, Alter, dieses Beschissen, Alter, ja. So, kann man die untere Schubladen mal aufmachen, bitte, damit wir mal hier gucken können, ob hier überhaupt irgendeine Scheiß-Sicherung irgendwo ist? Ich sag dir das, die hat einen Schlüssel, wo der Schlüssel drin ist, und für den Schlüssel brauchen wir einen Schlüssel. Und dafür ist die Sicherung da. Das ist eine Versteck-mich-Kiste. Kannst du nicht in dein Inventar gucken? Äh... Gerne. Gerne Televini. Es gibt so einige, die find ich halt echt cool. Ähm... Und ich unterstütz auch gerne, die etwas kleineren Rennen. Ich glaube, die müssen auf jeden Fall größer als wir. Trotzdem mehr kleiner als diese ganz großen. Ähm... Gronk zum Beispiel folge ich nicht. Kann ja so raushauen, ne? Hau ich mal so raus. Geddy find ich cool. Da haben wir ja auch schon drüber geschlafen. Und Kati. Das wär cool. Das wär geil, ja. Da würd ich mir echt super reinschauen. Guck mal hier, Dings. Mandy macht das ja auch. Die schickt mir ja auch immer eine Nachricht, wenn sie streamt. Nun geh ich da nicht immer rein. Aber bei dir ist was anderes. Werden wir Zeit haben, Alter. Ehrlich, du kannst doch mal bei... Schreib doch mal bei Instagram. Doch, Mandy mögen wir auch... Ist halt eh... Nein, ich hab nicht gesagt, dass ich Mandy nicht mag. Aber ich komm da immer nicht dazu, da rein zu gucken. Und dann ist das tatsächlich so, dass Mandy nicht wirklich auf den Chat angeht. Mh... Also mein... mein Empfinden so, ne? Das ist aber schon sehr, sehr cool bei Gerdie. Obwohl Gerdie auch nicht wenige Zuschauer drinnen hat. Für so Gerdie immer... ähm... zu antworten, ne? Gronk folgt sie nicht. Uiuiui! Ich wollt mal dreist sein, einfach zu beklauen. Boah, ich weiß nicht, wo ich die Sicherung suchen soll, ey. Ja, weil ich, ähm... ich find Gronk zwar so ganz cool. Also Gronk war halt der Erste, den wir da mal zugeschaut haben bei, ähm... Wir müssen uns gleich mal die Telefonnummern merken, mal. Oder die Zimmernummern. Ja. Was haben wir da gespielt hier? Ähm... Oh, wie heißt das Kackspiel nochmal? Weiß ich nicht. Wo wir Gronk reingeschaltet haben. Sie evil is in. Genau. Sie evil is in. Ja, das war aber damals 2005 oder 2016. Und da haben wir Gronk ja zwar angeschaut, aber ich hab ihn halt nie gefolgt. Ich bin halt... Weiß nicht. Ich folgte diesen ganzen großen YouTubern eigentlich gar nicht. Wenn ich, wie gesagt, wirklich richtig feierst Geddy. Also Geddy find ich richtig cool. Ja, Geddy ist ein Unikat, ne? Ja. Wenn der das für sich selbst machen würde, wird das, glaub ich, ziemlich weit rauskommen irgendwie. Ja, das ist Kackspiel sehr viel. Ich mag das halt auch total gerne. Ja, ich muss aber sagen, tatsächlich mag ich da Geddy lieber einfach, ne? Geddy ist da wirklich cooler. Der ist einfach so sympathisch, so ehrlich irgendwie werkt der einfach, ne? Ja, so... Ja, so happy, ne? Immer gute Laune und alles. Ich weiß, das muss man machen, damit man dauernd gute Laune hat, ey. Ja, ich find's ganz schön, wenn man sich halt als, ich sag mal, kleinere YouTuber oder kleinere Streamer allgemein jetzt auch auf Twitche wäre, doch wollte ich ganz klein irgendwie auch. Dass man sich da gegenseitig unterstützt, wenn man sich mag. Wann, na, hier war das mit dem Telefon. Weil den ganz Großen, den ist es egal. Die, die haben, da macht der eine oder andere Liga halt nicht viel aus, ne? Loppy komm ich nicht rein. So, warte mal, ähm... Loppy, 2012 und 2013. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Hat ihr uns da schon wieder gehört, oder? Cinema Room, okay, das gibt's auch... Das ist unser Raum, 212. So, dann rufen wir 213. Aber 213 hatte ich ja schon gerade versucht zu anzurufen. 213 muss das von der anderen sein. Richtig, die Großen haben es doch schon geschafft. Ja, richtig eben. Genau. Und die sind auch nicht besser als wir, Teenie, da kannst du sagen. Also, nicht besser als Inka und ich meine nicht jetzt, sondern wir alle, glaube ich, als wir Kleinen. Die haben eben halt bloß zum richtigen Zeitpunkt angefangen. Würde jetzt ein Montana Black oder würde jetzt ein Gronkh jetzt anfangen, glaube ich nicht, dass die gleich so hoch schießen würden. Ich glaube gerade Gronkh ist ein gutes Beispiel. Ja, Montana Black auch. Er hat sich zum richtigen Zeitpunkt angefangen, ist deshalb so groß damit geworden. Und, ähm, dass er für uns das schöner hat, den kleineren, ähm, Team man halt irgendwie zu folgen, den ich dann halt auch mag, ne? Ja, also jetzt nicht Teenie Winnie, Geddy, Cardi, wenn man es da gegensätzlich unterstützen kann. Cardi kann man jetzt nicht unbedingt klein nehmen, weil ich finde Twitch fast 10.000 Follower haben, ist nicht sehr klein. Ja, Cardi hat das schon, ja. Stimmt. Aber kommt halt eben auch wieder Support, denke ich, dazu von Geddy. Das ist ja das, was du gerade sagst. Geddy gibt ja Support ja ab. Und ich finde... Und Geddy hat auch schon 5.000 oder 6.000 Follower. Ähm. Aber sie generell ist auch mit Teenie Winnie zu passen, also das nicht natürlich so gegenseitig als andere, ähm, die wir Supporten kann. So. Also, 212 mal via. Ja, 213 wollte ich mal anrufen. Lobby. Wo siehst du die Lobby? Ja, weil es stand ja vorhin 212 bis 213 ist Lobby. Empfehlend gefolgte Etagenummer, Zimmernummer. Was ist so mit der, die durchgequitzelt ist? 237. Aber man hörte auch kein Freizeichen. Die Raute? Da war irgendwas mit der Raute auf. Warte mal. Äh. Wählen gefolgt... Also Raute wählen gefolgt von Etagenummern und Zimmernummer für Zimmer... Sternchenraute. ...bis 10. Also wer jetzt zum Beispiel Sternchen und dann oder... Sternchenraute... Sternchenraute... ...bis 10. Raute und dann Nummer wählen. Okay, dann müsste ich jetzt gucken. Mach nochmal. Bis 10. Wo ist denn Sternchen? Also wer jetzt nur Raute? Sternchen gibt es hier nicht. Und dann nur bis 10. Ich habe eine Nummer, die bis 10 geht, Nummer. Ach, bis 10. Ja. Warte mal. Zimmernummern wählen. Gefolgt von Raute. Raute für die Zimmer. Gefolgt von? Also erst Nummer und dann die Raute? Ja, habe ich ja gerade probiert. Oder erst Raute. Versuch mal erst Raute. Da. Und dann mach mal 213. Geht nicht. Nummer 213. Und der Taute? Und der Taute? Was war das? Das ist aber alles besetzt? Das ist ein Besetzzeichen, ne? Mach mal... Warte mal. Das sind wir eigentlich heute. nummer 13 war das das besetzt zeichen 211 genau 211 können wir auch 210 26 sind alle weg die nummern 213 wenn man es mal elf mehr nichts 213 237 alle durchgestrichen erst mal ein rat sehen ok geht nicht auch besetzt was haben wir noch weißt du ja das stelle ich empfehle es steht ja zimmernummer wählen gefolgt von raute ja zimmernummer wählen gefolgt von raute und dann hier raute weg gefolgt von etagen das heißt sie könnte jetzt raute wählen manchmal raute 236 okay habe ich das gemacht nee ich habe es nicht gemacht so 203 was haben wir noch weil ich schon mal die 37 das müsste denn 37 raute sein geht nicht ich würde es nicht so verstehen ja keine externen anrufe und die freundin zimmernummer wählen gefolgt von raute das heißt da könnten wir 211 212 237 raute das hatten wir alles probiert ne und hier könnten wir erst raute bis 10 da fehlt immer die nummer davor das halt ich glaube ich speicher war ich bin echt total müde gerade ja ja genau machen morgen bei der wach warum kommt jetzt ernsthaft das ist alles deine schuld oder ist nichts glaube ich immer wieder in die falle oh lauf schneller ich hoffe nicht dass sie geschnallt hat wo wir längst gelaufen sind das war so verwickelt wie ich gelaufen bin oh gott rups tups das ist alles deine schuld okay sie denkt ach komm bitte hä was muss ich denn da machen oder muss ich die maustaste was ist ich weiß nicht irgendwo stimmt da ja nicht ich weiß nicht irgendwann stimmt da ja nicht ich weiß nicht irgendetwas stimmt der ja nicht Oh Gott! Oh Gott! Wo habe ich denn noch... Ich hätte nicht gedacht, dass sie bis hier jetzt noch kommt. Die kommt von da. Ja, die blöde Kuh hat ja beiden Schlüssel. Du darfst nicht jetzt mal, oder? Warte mal, warte mal. Das war der Kackraum, ne? Dieser, dieser... Ja, da war doch der Spiegel. Ja, der ist hier vorne, Uschi. Okay. Okay. Alles klar, den super süßen Schnuckelmäusen. Wir sehen uns morgen wieder zurück. Und, ähm... Ich wünsche euch eine gute Nacht und danke fürs Reinschalten. Bis morgen! Bis morgen! Tschaui! 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 Tschaui!